Hallo meine Lieben hier, hallo und ich gehe zu meinem Pater. Ich erstatte einen Besuch und ja, nun ja, heute Nachmittag um 17 Uhr, um 16.30 Uhr, ich habe mich vertagt, sorry, kommt der Film von meiner Freundin. Ja, das wollte ich euch erzählen. In WDR kommt es. Und ja, wie ihr seht, ich bin jetzt unterwegs zu meinem Pater und freue mich auf diesen Besuch. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt.